Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 7. November mit Benedikt Kaninski, schön, dass ihr mit dabei seid. Wie kann es bei uns in Essen sicherer werden? Diese Frage beschäftigt auch die Stadt. Sie will bald zusätzliches Personal einstellen, das für Sicherheit und Ordnung im Einsatz ist. Der kommunale Ordnungsdienst soll von 50 auf 70 Mitarbeiter aufgestockt werden. In diesem Bereich sind viele neue Aufgaben hinzugekommen, zum Beispiel die Überwachung der Grillzonen im Sommer. Die Einsatzkräfte sind außerdem bei großen Beerdigungen auf dem Hallo-Friedhof in Stoppenberg dabei oder begleiten Demonstrationen. Zusätzlich baut die Stadt gerade ein Spezialteam auf, das auch nachts im Einsatz sein soll und die Polizei entlastet. Im Dezember wird es seine Arbeit aufnehmen. Auch bei der Verkehrsüberwachung will die Stadt Essen das Personal aufstocken. Die neuen Mitarbeiter sollen vor allem gegen Falschparker vorgehen und die Geschwindigkeit auf den Straßen kontrollieren. Bis zur Weihnachtszeit dauert es noch etwas. Helfen und schenken kann man aber auch jetzt schon. Und zwar, indem ihr bedürftigen Kindern einen Theaterbesuch ermöglicht. Bei der Aktion Der geschenkte Platz kauft ihr im Ticketcenter der Theater und Philharmonie eine Karte für 6,60 Euro. Diese Karte wird dann an ein bedürftiges Kind weitergegeben. Die Kinder und Jugendlichen können sich dann zum Beispiel eine Vorstellung von Ronja Räubertochter anschauen. Die Aktion gibt es seit sieben Jahren. Im letzten Jahr haben wir Essener insgesamt 8.000 Euro gespendet. Viele Ausbildungsplätze, aber trotzdem wenig Azubis. So sieht der Ausbildungsmarkt bei uns in Essen aktuell aus. Rund 600 Lehrstellen sind in Essen in diesem Jahr nicht besetzt worden. Das sind deutlich mehr unbesetzte Stellen als in den vergangenen Jahren. Die Agentur für Arbeit hat in ihrer Bilanz zum Ausbildungsmarkt außerdem erklärt, dass noch etwa 400 Jugendliche eine Lehrstelle suchen. Die Arbeitsagentur hofft, dass sich noch viele junge Menschen bei den Unternehmen auf Ausbildungsplätze bewerben, auch wenn das Ausbildungsjahr offiziell schon abgelaufen ist. Im September und Oktober hatte die Arbeitsagentur zum Beispiel auf Veranstaltungen versucht, Jugendliche und Unternehmen zusammenzubringen. Mit zwei Stunden Verspätung kam heute eine Dampflok auf dem Weihnachtsmarkt in Steele an. Die historische Dampflok wurde mit einem Tieflader gebracht und auf dem Grenzplatz abgeladen. Die 26 Tonnen schwere Lok steht dort auf Schienen. Sie ist eine Leihgabe aus Mörs. Ein Eisenbahnverein hat die Dampflok verliehen. Sie ist eine richtige Attraktion für die Besucher. Ja, also ich muss sagen, das ist echt mal was Neues hier in Steele und ich finde das wirklich super. Schon eine Attraktion, finde ich. Es gibt ja wenige alte Dampfloks noch. Das ist aber mal ein Highlight. Ich bin jetzt 50 Jahre, lebe ich in Steele, das habe ich noch nicht gesehen. Die historische Lok und ein alter Bahnwaggon sollen bis zum 23. Dezember in Steele stehen. Nachts wird die Lok von einem Sicherheitsdienst bewacht. Und das war überregional wichtig. Zum Auftrag des Weltklimagipfels in Ägypten haben sich viele Politiker für eine stärkere Zusammenarbeit beim Klimaschutz ausgesprochen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat den Klimawandel als aktuell größte Herausforderung bezeichnet. Es müsse alles getan werden, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten, erklärte sie. UN-Generalsekretär Guterres erklärte, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Tag geht bei uns in Essen bewölkt zu Ende, regnen soll es aber zum Glück heute Abend nicht mehr. In der Nacht kühlt es sich dann auf 10 Grad ab. Morgen wird es dann insgesamt etwas sonniger bei bis zu 18 Grad. Und das waren die wichtigsten Nachrichten des Tages bei uns aus Essen. Alles Wichtige findet ihr auch nochmal zum Nachlesen auf radioessen.de. Ab 6 Uhr werdet ihr morgen früh wieder mit dem Wichtigsten aus unserer Stadt versorgt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.